Okay, die Fliege wird angegriffen für elektromagnetische Strahlung. Okay. Okay, irgendwas scheint hier nicht ganz, ganz richtig zu loben, glaube ich zumindest. Okay, oh, ein extra Leben. Was ist das hier? Was ist hier los ey? Da kotzt einer die Wand voll. Na gut, dann können wir hier nichts mehr machen. Geh mal hier ab und geh mal hier rein. Oh ne, da waren wir gerade. Okay. Ach, hey ist das. Und ich wundere mich die ganze Zeit schon, wer hier Theater macht. Die R2D-Zoo war gar nicht begeistert davon. Was lassen die sich wohl als nächstes einfallen? Was ist das? Oh, das ist das? Uah! Was ist das? Was ist das? Oh, das ist das? Oh, das ist ein Problem. Oh, das ist das. Okay, versuchen wir es mal mit. Der gehört mir. Der wollte den volles mit angreifen. Okay, Munition, Nano-Hacker. Ja gut, er hat jetzt aufgehört auf meine Seite zu Piambo. Okay, hier binden wir noch was. Da kommt er noch ein bisschen. Nee, das... So. So. Ich werde die wieder abnehmen. Oh ja. So. Okay, hier können wir also so nicht... ...weiter runter sehen. So. 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 Ich brauche den... ...das Streiwgewehr. Ich brauche den... ich habe Mutsch kann die Energiekerne auch in Gebiete transportieren, die für Darwin unzugänglich sind. Also diese Fliege, ne, ich find's immer noch geil. Komm da, äh, Mutsch. Vor allem das ist es nicht so. Klack. Ähm, ich wusste es. Es ist echt schwer gegen die anzunehmen, zu treten hier. Wenn man weiß, wie, ist es nicht ganz so tragisch, aber. Funktion für Streuladung. Oh, geil. Das ist schön. Das er das kann. Ich weiß nicht, was mir das jetzt gerade weiterhelfen soll. Treffe ich mich richtig, oder was? Ach, jetzt. Mittlerweile geht mir die Muni aus. Okay. Korrigiere mich. Mittlerweile geht's wieder. Ich weiß nicht, was man hier sammelt, ne? Im Endeffekt gehen wir uns erstmal auf dem heißen Stein. Mutsch, hol die Ladung. Wo wollen wir sie denn? Die müssen wir da reinstecken. Ach, da. Okay, da hinten war ich schon. Da oben war er noch nicht. Sorry, ich weiß ja nicht, wann ich wieder... ... was bekomme. Anladung. So. Fahr'n wir mal, ne? Fahr'n wir denn hin? Oh, wie siehst du das? Okay, was passiert jetzt? Nein! Saberling Pappelmaschine. Oh. Ich glaube, ich habe hier ein winzig kleines Problem. Waffen wie inszenierte Saberling Pappelmaschine, verwundbar durch die meisten Waffen. Diese schwerfällige Gigant verfügt über ein eigenes Schutzschild, dessen Energie sie aber häufig für Powerattacken einsetzt. Das bietet dir die Gelegenheit zuzusteigen, du kannst ihren Laserarm zerstören, dadurch muss sie öfters auf die Powerattacke zurückgreifen. Okay. Okay. So. So. die wenn ich so weitermache, legen wir diese Mission vielleicht wirklich hin. Vielleicht. Lebensenergie, oh Gott sei Dank. So, Verpackung, Versand. Benutzen wir mal das. Toll. Toll. Mutsch mein Junge, gleich kommt eine Flugfreigabe. Okay. Ich finde den so geil. Fehlte sogar ein Ruderblatt. Oh, was ist das? Wir wollten noch welche auf die Nase. Gut. Dann müssen wir jetzt erstmal gucken. Okay. Dann können wir rüber. Nicht die dämlichen Toaster. Das ist mir ganz egal. Das ist mir ganz egal. Massen Tuchs einfach nicht. Das ist irgendwie einfach... Nee. So. So. Dann müssen wir nochmal eine Runde. Eine kleine Nerven nur. Hoffe ich mal. Oh. Das ist doch wieder so lächerlich. Ich habe kaum noch Energie. Und dann soll ich noch gegen die ganzen anderen da antreten. Jetzt oder was? Und dann verballer ich mal wieder. Ich muss genau treffen. Genau treffen. Wie das überhaupt nicht. Also. Ich habe schon nichts. Aber mittlerweile habe ich ja gar nichts mehr. Anoni. Anoni. Guck mal. Wir haben hier noch was wir da drin haben. Bisschen mit dem Plasma. Was auch nichts mehr so großartig. Das ist auch nichts mehr so großartig. Okay. Okay. Das wird irgendwie nichts. Komm ich irgendwie...